Ja, hallo. Tja, hörst du noch, ne? Ja, ich war erkältet. Geh ich gleich mal drauf ein. Erstmal schön, dass du hier bist und willkommen beim Hypnose-Triplex-Podcast. Aufbruchstimmung, Teil 4 schon. Ja, und heute geht's um keine Zeit für schlechte Laune. Dafür hab ich keine Zeit. Wie du dich erfolgreich gegen runterziehende Stimmung wärst. Positives Denken, authentisch und natürlich im Alltag kultivieren. Bla, bla, bla. Ich hab eigentlich auch gar keine Zeit, so einen Titel jetzt zu sagen. Ich hab keine Zeit für schlechte Laune. Ich hab Besseres vor. Schlafen zum Beispiel. Einschlafen. Dieser Podcast ist ja auch zum Einschlafen gedacht. Weil ich so langsam spreche. Dass es sich für dich auch lohnt, dabei einzuschlafen. Wenn du das sonst nicht schaffst, dann spätestens jetzt bei diesem Podcast. Ja, ein paar Tage war ich jetzt, naja, ich krank. Ich war eigentlich nicht wirklich krank. Ich will das mal kurz auftröseln. Die Family war krank. Also natürlich die anderen. Nicht ich. Meine Kinder haben da was mitgebracht aus der Kita. Meine Frau hat's dann am meisten ausgebadet. Und ich selbst war einfach nur nebenbei betroffen. Von Nasennebenhöhlenentzündung bis Husten war alles dabei. Und das war auch irgendwie eine leicht neue Erfahrung für mich. Denn mir ging es jetzt die zwei Wochen eigentlich wirklich gut durchgehend. Bis auf zwei Tage. Die waren blöd. Aber sonst war alles wie sonst auch. Bis auf Reizhusten. Auch nachts. Und egal, ob ich meinen Hals mit Honig, Tee, warmer Milch oder allen Vitaminen, die der Planet so hergibt, einbalsamiert habe. Dieser Heizhusten war sehr, sehr hartnäckig. Sodass ich hauptsächlich, also auch aufgrund der Kinder, dann mit Schlafmangel zu kämpfen hatte. Die Kinder haben meistens auch nachts dann gemerkt, huch, ich bin ja erkältet. Das muss ich meiner Mama und Papa mitteilen. Also jede Stunde. Im nächsten Morgen klang ich dann persönlich immer wie so ein bekiffter Minion. Alle hatten auch irgendwann mal Fieber. Ich nie. Ja, dass gerade die Stimme angegriffen war, könnte ich jetzt resonanzmäßig auf die Tatsache schieben, dass ich die halt am meisten brauche und die daher in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wäre ich jetzt irgendwie mehr der buchhalterische Typ oder würde viel Kopf rechnen, dann hätte ich vermutlich mehr Kopfschmerzen als anderes gehabt. Ja, ein Teil von mir ist dem da durchaus zu geneigt und da sage ich, ja, das, womit du dich beschäftigst, wo deine Energie und deine Aufmerksamkeit ist, dort merkst du eine Erkältung mehr als anderswo. Das ist durchaus möglich. Ein anderer Teil von mir sagt aber, nö. Das war ja als Kind schon bei mir so. Da war mein Hals immer irgendwie mehr betroffen als andere Teile des Körpers. Von der Kindheit bis zur späten Jugend, da hatte ich immer mal wieder Reizhusten, kann ich mich erinnern. Nicht schlimm, aber irgendwie schon nervig. Und ich war in der ganzen Zeit eigentlich meistens eher schüchtern. Habe sehr wenig gesprochen. Zentrum der Aufmerksamkeit. Die eigene Stimme. Das ist dann als Grund nicht mehr so plausibel. Tja, muss ich also noch mal zu einer dritten Interpretation kommen? Könnte man auch sagen. Oha, seit Jahrzehnten immer wieder Reizhusten. Ja, das heißt nichts anderes, als dass du in deinem früheren Leben vergiftet oder hängt worden bist. Gerne auch auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und der sich entwickelnde Rauch hat sein Übriges getan. Ja, okay, von mir aus. Gutes Thema. Gutes Thema für einen Podcast. Also das Thema Wiedergeburt. Ja, haben wir schon mal gelebt? Ja, nein, vielleicht. Weiß nicht. Podcasts, ey. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich Podcasts nicht ausstehen kann? Äh, widerlich Leuten beim Denken zuzuhören. Können die nicht woanders hingehen? Wo sie keiner sieht oder hört? Tja, schalt doch jetzt besser ab. Hier komm, nicht noch so ein Podcast. Das brauchen wir einfach nicht. Mach was Sinnvolles mit deinem Leben. Hör keine Podcasts. So, wo waren wir? Ja, ich will heute auch nicht so lange sprechen. Sage ich ja immer, ne? Dann wird es doch eine Stunde. Naja, mal gucken. Vielleicht kriege ich eine halbe Stunde hin. Wo waren wir eigentlich? Naja, Löffel abgeben. Scheiterhaufen. Und die zahlreichen Möglichkeiten, in vergangenen Leben umgekommen zu sein. Das bringt mich ja eigentlich auch zurück. Das ist dann direkt eine gute Überleitung fürs heutige Thema. Keine Zeit für schlechte Laune. Ja, wir verschwenden viel Zeit in unserem Leben mit Dingen, die wir nicht ändern können. Die einfach so sind, wie sie sind. Und wir machen uns da unglaublich einen Kopf drum. Und wenn uns jemand darauf aufmerksam macht, dass wir uns einen Kopf drum machen, dann fällt uns auch nichts Besseres ein, als wütend zu werden, uns zu rechtfertigen und gar mit dem Finger auf denjenigen zu zeigen, der uns darauf aufmerksam macht. Du, rufen wir dann, du verstehst gar nicht den Ernst der Lage. Du hast überhaupt nicht begriffen, worum es hier geht. Du bist ja total unsensibel und dumm. Mir ist das hier gerade wichtig. Meine Gedanken. Mein Thema. Hier geht es ja um mich und mein Leid. Und du sagst einfach, ich solle meine Zeit für was anderes verschwenden. Das geht nicht. Das ist einfach frech von dir. Ja, aber das ist ja auch irgendwo so. Man will ja auch nicht unempathisch sein. Man will ja auch nicht damit ausdrücken, dass es Leiden nicht gibt. Natürlich nicht. Das gibt es ja. Das kann man nicht bestreiten. Aber hilft es dir, weiter darüber nachzudenken? Darüber zu grübeln? Gewiss, es gibt qualitative Unterschiede. Manches beschlagnahmt einen irgendwie ganz klar. Ganz eindeutig, dass es so sein muss. Aber einige Dinge sind, die sind vielleicht auch nur in deinem Kopf. Im Moment zumindest. Dass wir alle zum Beispiel irgendwann den Löffel abgeben müssen, das ist nicht nur eine statistische Realität. Aber darum geht es ja irgendwie doch nicht, oder? Es geht natürlich auf der anderen Seite nicht darum, alles wegzuwischen. Einem auszuweichen, alles zu negieren, alles zu verdrängen, was einem Kummer bereitet. Eigentlich schon ganz im Gegenteil. Das Leben ist leidvoll. Immer schon gewesen. Früher bestimmt mehr als heute. In anderen Religionen der Welt mehr als hier. Und da einfach den Fokus auf das Gute und Schöne und Positive in deinem Leben zu lenken. Das hilft vielleicht nur bedingt. Denn das Andere, die andere Seite, ist ja trotzdem da. Es ist irgendwo ja doch immer unser Umgang damit. Der bestimmt, wie es uns geht. Unsere Entscheidung. Indem ich mich entscheide, mich auf etwas Gutes, Positives zu fokussieren. Diese Entscheidung ging ja nicht voran, dass ich das Andere einfach nicht wahrhaben will. Sondern vielleicht sogar, dass ich es in einer ganz tiefen Art und Weise anerkenne. Und dennoch sage, ich möchte aber heute gut gelaunt sein. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit für schlechte Laune. Und das kann aber natürlich auch nicht per Knopfdruck passieren. Weil das wäre natürlich total unauthentisch. Da gibt es diesen Unterschied. Da gibt es Unterschiede in der Wahrnehmung. Und dass man das erkennt, ist ein wichtiger Schritt im Erkenntnisprozess. Und wenn man für sich selbst entschieden hat, dass man sich nicht mehr von negativen Dingen runterziehen lassen will, sondern nach Lösungen sucht. Das ist ein wichtiger Schritt. Und wenn du bislang eher so drauf warst, dass du dich leicht von negativen Gedanken hast mitnehmen lassen, dann wirkt das zunächst mal unecht. Wenn du versuchst, dir eine neue, gelassene Ansicht draufzuziehen. Wie so einen verrückten, blöden, bunten, neuen Socken, den du nie tragen würdest. Wenn du nicht bereit bist, den Schritt zu gehen, dann wird dieser Schritt auch nicht gemacht. Wenn du nicht bereit bist, den ersten Klecks auf eine neue Leinwand zu setzen, um ein neues Bild zu malen, dann wird dieses Bild nicht gemalt. Wenn du nicht bereit bist, das erste Wort in einem Text zu schreiben, dann wird diesen Text niemand lesen. Wenn du nicht bereit bist, dich Freunden anzuschließen, um gemeinsam ein Abenteuer zu bestehen, dann wird dieses Abenteuer für dich nie stattfinden. Ja, und so weiter und so fort. Irgendwie musst du dem Pferd, auf dem du momentan sitzt, die Augen zu halten. Das ist jetzt nur ein Bild. Mach das nicht in echt, wenn du mal reiten solltest. Das wird auch dann holprig. Vielleicht fliehst du aus dem Sattel. Vielleicht bleibt das Pferd aber auch einfach nur stehen. Ja, klar, los. Okay, ja. Gut, machen wir. Alles klar. Super. Tolle Idee. Ich halte mir die Augen zu. Gut. Und jetzt? Jetzt, 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 jetzt. Was machen wir jetzt? Ja, warum machst du das? Warum? Warum willst du jetzt den Hebel umlegen? Warum? Warum? Weil du leben willst. Du willst leben. Du willst fühlen und genießen. Du willst leben, du willst erleben. Du willst leben. Das ist der eine Grund, der es schafft, ganz viel zu überstrahlen. Und wenn du fühlst, dass du lebst, dann ist das genau jetzt der Moment, in dem du innehältst und spürst, dass du da bist, dass du atmest, dass du existierst. Und das ist viel. Das ist sehr, sehr viel. Das ist der Grund, aus dem du sagst, hey, boom, momentan alles irgendwie doof, aber ich habe keine Zeit für schlechte Laune. Warum? Weil du leben willst. Du willst leben. Deswegen gehst du mit aller Macht in diese andere Richtung. Jetzt brauche ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Der Podcast ist sozusagen damit beschlossen. Also tiefer oder so kann ich jetzt nicht mehr gehen. Aufrichtiger kann ich nicht werden. Ich kann mich nur bei dir bedanken fürs Zuhören. Aber vielleicht will ich noch ein bisschen, lass uns noch ein bisschen gemeinsam die Reflexion darüber, was ich jetzt gesagt habe, stärken. Also, wir leiden ja alle. Du, ich, deine Nachbarin, ja sogar selbst die, die uns Leid zufügen, tragen diese Schuld mit sich rum. Und die haben das getan, weil sie möglicherweise selbst leiden und einfach keinen anderen Weg wussten, dieses Leid loszuwerden. Gut, es gibt auch da Ausnahmen. Aber der Großteil der Menschen agiert aus seiner eigenen, unverarbeiteten Erfahrung heraus und versucht, Puzzlestücke zu finden. Damit es wieder passt. Damit es wieder in Ordnung ist. Und wenn du das weißt und in Betracht ziehst, dann sind Angriffe von außen schon so ein bisschen relativiert, eingeordnet. Viele davon. Der Angriff auf dich und deine Person von vorletzter Woche war auch nur eine Suche nach einem Puzzlestück für den Angreifer. Der hat's bei dir nicht gefunden. Er muss bei sich selbst suchen. Aber sag dem das mal. Sag dem das. Vielleicht ist das jetzt wieder dein Puzzlestück. Wir fordern zu viel. Von uns, von anderen und überblicken zu wenig. Wenn du, wenn ich, wenn wir das überblicken, was uns davon abhält, was wir uns vorstellen, zu leben und zu tun, dann hält es uns nicht mehr davon ab. Dem Pferd, auf dem du sitzt, die Augen zuhalten. Was ist das? Sicher kennst du die Scheuklappen. Die sind dafür da, damit das Pferd nicht von links nach und rechts abgelenkt wird. Sieht es allerdings dann gar nichts mehr, kommt es eigentlich zur Ruhe. Das ist wie bei Greifvögeln. Da wird eine Haube in kompletter Ruhe aufgesetzt. Dann sind sie erst mal still. Kein äußerer Reiz mehr da? Gut. Dann kann ich mich ja ausruhen. Dann komme ich erst mal ganz zu mir selbst. Jede Regung, sei sie auch noch so unbewusst, ist da und hat Gründe. Und vergiss es, all die Reflexe abstellen zu wollen, um absolute Stille zu erreichen. Das Pferd kann stehen bleiben oder es rennt einfach weiter. Die Dinge um dich herum sind da. Aber du willst leben. Du willst dein Leben lieben. Versuch, anzunehmen, wer du bist. Umarme all das, wofür du dich bislang vielleicht auch verurteilt hast. Bedanke dich. Danke, sag danke, dass es so sein durfte. Vielleicht hat es dich dahin gebracht, zu erkennen, okay, das ist alles da, aber unterm Strich, was zählt für mich? Es reimt sich. Oh nee, ein bisschen klischeehaft. Ich glaube, ich beende den Satz jetzt einfach ohne Punkt. Ich lasse ihn einfach ins Leere laufen. Nein. Ja, das muss ich wohl auch annehmen, dass man, wenn man über diese Themen spricht, auch immer so ein bisschen eine Gratwanderung unternimmt zwischen dem, was man authentisch sagen möchte und einem total klischeehaften kalenderspruchmäßigen Geschwurbel. Ja, aber wenn du annehmen kannst, wer du bist, dann musst du dich auch nicht verstecken. Und da müsst du auch eigentlich nicht mehr drüber nachdenken, wer du bist. Du hast dich ja längst angenommen. Dann, dann ist nur noch Leben möglich. Kalenderspruch, Doppelpunkt, lebe, wer du bist. Keine Zeit für schlechte Laune. Wenn ich was vergessen haben sollte, eines der vielen Puzzlestücke, die wir alle suchen, dann reiche ich es in einer der Folgesendungen nach. Bis dahin möchte ich jetzt aber nicht mehr puzzeln, muss man langsam erstmal wieder auf den Damm kommen und, ja, gucken, wo ich heute so meine Momente der Freude und des Lachens finde. So, lass mal schlafen gehen. Verzeiht. Eine der wichtigsten Zutaten, ganz nebenbei bemerkt, für gute Laune ist übrigens Schlaf. Guter, langer Schlaf. Da passiert ja auch so eine Art Entgiftung im Schlaf. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, meine Güte, unter einer halben Stunde bin ich heute geblieben. Wunderbar. Vielleicht grufe ich mich ja noch ein. Ich grufe mich ein. Ich will das eigentlich so als kurze, knackige Häppchen so, diesen Podcast Podcast aufnehmen und nicht eine Stunde schwurbeln, sondern einfach nur vielleicht 10, 20 Minuten, 30 Minuten. Vielleicht kriege ich das hin mit der Zeit. Ich danke dir fürs Zuhören. Vielen lieben Dank. Und wenn dir diese Episode hier vom Podcast Aufbruchstimmung gefallen hat, dann gib mir doch jetzt mal einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Darüber würde ich mich freuen. Coaching und Hypnoseprogramme zu verschiedenen Themen findest du auf meiner Seite www.hypnose-triplex.de Über einen Besuch von dir würde ich mich dann natürlich freuen und wenn du das Projekt dir sonst noch unterstützen möchtest, gern auch über eine Spende. Möglichkeiten wie Paypal findest du im Beschreibungstext. Besten Dank. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Alles Liebe. Alles Gute. Bleib mir gewogen. Und danke fürs Zuhören. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.